Servus heutzutage, wir kommen jetzt in einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kommt der zweite mit den Filmen, die leider nicht geschafft haben zu den besten Filmen zu kommen. So, diesmal sind es heute nicht so viele Filme wie beim nächsten Mal. Nächstes Mal waren es 12. Diesmal sind es 8. Also zusammen sind es 20. Also sind es eigentlich 8. Ich habe dort wieder etwas anderes geschaut, so die 7 Zwerge in Otto. Das habe ich wieder erfunden. Dann habe ich mir heute anders geschaut und da habe ich beschlossen, dass ich den behalte. Das heißt, in diesem Fall habe ich schon einen neuen Film, das sind 7 in Otto. Ich kenne den Dreh, aber ich habe den Ulan nicht mehr gesehen, das ist voll lustig. Und wir fahren noch an mit den Filmen. Das heißt, erstens mit dem Dross Cage. Knippa 1 NG, die Zukunft endet jetzt. Das ist ein weltuntergehend Film. Der Film ist mega gut. Also fast wie ein Horrorfilm, nur das Ende hat mir nicht gefallen. Der ganze Film war echt gut. Also überhaupt kein Thema, echt sehr sehr gut mit ihm. Das ist nur der Sender. Und wenn wir das Ende anders gemacht, hätten wir es erst dazu gegeben. So, dann hier. Selitha. Sie sind in uns. Der Film war mega gut. Aber nether, muss ich sagen, hat mir eins nicht gefallen. Und das war der Anfang. Also der Anfang war nicht so meins. Aber die ersten 10 Minuten waren nicht gut. Aber der Rest mega gut. Aber da hätten sie schon den Anfang. Danz, Danz, Danz anders gemacht. Also. Aber der Film war gut. So, dann haben wir hier damit der Horror. Das ist das Remake. Eigentlich ein echt guter Film. Nur. Neller ist, dass das Horror. Sie es anfängt in der 30. Minute und nicht gleich beim ersten. Hm. Der Film ist echt gut. Aber hätten sie gemacht, dass das große. Oder Horrormäßig schon am Anfang anfängt. Dann haben wir hier Schocker. Schocker ist ein echt guter Film. Schocker. Also der Film ist echt gut. Nur. Na ja. Wie soll ich sagen. Es ist ein bisschen wie. Wie ist denn der Film. Infocreen heißt der. Oder wie heißt der traurigste Film. Ich weiß es nicht. Ähm. Der Film ist gut. Aber. Aber. Er ist auch sehr blutig. Aber ich muss mal sagen. Er. Es geht besser. Aber er ist nicht schlecht. Also. Der hätte auch 10 Punkte verdient. Genauso wie das. Der Freitag der 13. Der 5. Mega gute Macht. Also. Die. Die Dote sind gut. Die Schauspieler sind gut. Alles ist gut. Außer 1. Jason. Hätten sie. Jason. Mit. Spät in den 5. Dann hätte ich 10. Die geben. Dann wäre es auch noch einer der besten gewesen. Hm. Das Video ist glaube ich ein bisschen kürzer heute. Naja. So. Dann ist hier heute. Sinesta 2. Mhm. Der erste ist mega gut. Aber der zweite. Ist auch gut. Aber. Naja. Ein bisschen. Es ist anders. Und. Die Zwillinge da auf der Höhle streiten sich dann. Und hauen sich. Und hassen sich dann. Hätten sie das nicht gemacht. Dann. Ja. Der Film nicht so gewesen. Finde ich so gewesen. So. Jetzt kommen 2 Christopher Lee Filme. Hm. Wir haben hier mal. Burke und Haare. Ein echt guter Film. Also der Film war echt sehr lustig. Und echt sehr 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 gut. Aber. Das Ende war nicht gut. Wo alle sterben. Also. Die 2 und auch die Frau. Ja. Ja. Wo alle 3 aufgelenkt werden. Das. Auch. Das hat mir nicht so gut gefallen. Also. Hätten sie das nicht gemacht. Dann. Dann. Hätten sie echt den. Hätte ich den echt. Hätte ich den echt. Gegeben. So. Und hier habe ich noch. Da noch Simomir. Mit Christopher Lee. Ähm. Der Film ist echt sehr gut. Aber er hat nicht einen 9.2. Weil Christopher Lee. Ähm. Nur. Nur am Anfang. Mitspielt. Und dann stirbt. Ich glaube. Fünf Minuten. Oder sechs. Oder sieben. Ich weiß es nicht. Ich muss mich nochmal anschauen. Aber. Aber. So lange sieht man ihn ja dann nicht. Weil er dann stirbt am Anfang. Auch wenn er da in der Hülle bauf ist. Ja. Da sieht man ihn nicht so. Nur einmal. Hm. Aber trotzdem ist der Film echt gut. Und noch was kommt heute. So. Heute kommt. Auch noch die besten Filmreihen. Alle Zeiten. Top 12. Und wir fangen noch an. So. Wir haben hier. Für mich also. Die französische Konjunktion mit Christopher Lee. Mega gut. Also. Die französische Konjunktion. Eine der besten. Platz 12. So. Dann haben wir hier. Mein Lieblingsfilm. Mit Christopher Lee. Und ich bin 3er auch noch. Ein Ballast der Büde. Also echt gut. Kann ich jeden Film einfach. Meisterhaft. So. Weiter gehts mit. Star Wars. Ich hab hier jetzt nur den achten. Hätte gegeben. weil der der beste ist und jetzt meine ich nicht den achten sondern die Tanzreihe also von 1 bis 8 plus Rockman Solo und all die anderen Filme noch und South Alomos und so weiter so dann haben wir hier jetzt Insidious den größten Horrorfilm den ich je mehr neben zu sehen habe das ist jetzt der erste weil der erste der beste war und für alle jetzt also jetzt Platz 9 und für alle also für eins zwei drei und vier Minitou also alle Minitou Filme alle 13 noch hier ist meine Lieblingshülle und mein Lieblingsfilm ist unter Dian und deswegen ist Minitou auf Blatt 8 und ja mit alle alle 13 so dann haben wir hier Tanz der Teufel der erste Teil auch nur den ersten Teil genommen weil er der beste ist und zwei und drei sind auch noch dabei wieso ist das jetzt machen weil es wird dann so ein Haufen Stapel mit Not of Teile und so deswegen sage ich das jetzt auch so ganz der Teufel mega gut also dann haben wir hier Apple Wallers alle Apple Wallers Filme die ich bis jetzt habe aber ich habe hier mal den besten das indische Tuch ein echt guter schwarz-weiß Film und echt guter Krimi Film und echt gut also alle Apple Wallers Filme die ich habe dann einmal hier Matriz 3 der dritte der beste und eins und zwei sind auch mega gut und Matriz gefällt mir einfach gut Matriz ist einfach echt einer der besten Filme und und eins und zwei sind auch dabei also auch so dann kommt hier Freitag der 13 der zwei alle die ich besetzt habe also eins zwei fünf und sieben ich sammle noch weiter sind alle voll gut und der zweite ist auch der beste und deswegen fand ich die vier am besten und deswegen sind sie auch dabei dann haben wir hier Night Nails Filme also Freddy den sechsten Teil weil der sechste ist der beste und auch der eigentlich und eigentlich auch der bluteste und großeste und 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 alle anderen Teile also das Remake sprich zwei bis sieben mega gut also 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 das ist jetzt auf platz platz drei der besten Filmrein der Welt und das noch dazu alle anderen dann haben wir hier der final edition 5 mega gut also kann euch hin erfüllen mega gut die anderen vier sind auch noch dabei die basteln die waren auch dabei alle sind mega gut das ist jetzt platz zwei und wir haben jetzt platz eins netter geschnitten weil ich das noch nicht anschauen darf selbst wenn ich 18 bin und es ist und bleibt man absolut lieb ins für mich habe ich habe schon ein bisschen mehr davon gesehen so so alter so hoffentlich bekomme ich die acht teile gleich aber aber ich habe ich habe nicht nur nur eins zwei drei und die schnitten und und ich hoffe irgendwann bekomme ich sie um die schnitten aber nicht nur dort die schnitten sind sie auch nicht schlecht aber nein da sieht man nicht wie sie sterben die Opfer aber trotzdem sind diese filme alle acht auch mal sie noch nicht gesehen aber außer als eins und eins und drei sind sie dort sind sehr 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 gut das kann ich auch schon sagen auch von Jason und Freddy und von den anderen dann sicher die immer noch mega gut kann euch hin erfüllen einfach nur geil der absolut besten film aller zeiten doch besser jetzt nicht so das war's wieder mal von mir abonniert mich lassen leider scheinbar kommt da unter des videos und wir sehen uns dann bei den zehn besten filmen aller zwölften wir sehen uns dann bei den 12 besten filmen aller zeiten zwölf der aller besten filmen und diese liste wird niederändert und das ist auch richtig weil ich habe noch nie solche filme gesehen und keiner dieser filme die ich dann neu kaufen kann sie hundertprozentig nicht besiegen und deswegen mache ich das mache ich das irgendwann ja und wir sehen uns dann bei den besten filmen aller zeiten für mich das war es das war es jetzt von mir und tschüss